Dann verliere ich meinen Anspruch auf eine abschlagsfreie Altersrente immer dann, wenn ich diese nicht beim erstmalig möglichen Rentenbeginn beantrage. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie sehen es schon im Hintergrund. Ich habe zu diesem Thema auch einen Textbeitrag auf RentenBescheid24.de veröffentlicht. Und zwar haben wir eine Anfrage reinbekommen zum Thema Anspruch auf eine abschlagsfreie Altersrente. Und zwar ging es da um folgendes Problem. Unsere Kundin, die uns hier befragt hat oder da eine Mail geschickt hat, auf die wir geantwortet haben, schreibt uns, sie könne zum 1. Mai 2025 erstmals abschlagsfrei in eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Das ist die Altersrente, die Sie unter dem Schlagwort, unter dem politischen Schlagwort Rente ab 1963 kennen. Unsere Mandantin hat schon die 45 Jahre Wartezeit erfüllt. Und so wie ich das verstanden habe, ist, möchte sie eigentlich gar nicht zum 1. Mai 2025 die Rente beantragen, sondern aus irgendwelchen Gründen erst halt später. Meinetwegen ein Jahr später oder so. Und sie hat jetzt Sorge, dahingehend, dass wenn sie die Rente nicht zum 1. Mai 2025 beantragt, dass sie dann später diese Rente nicht mehr beantragen kann oder darf. Also sozusagen ihr Antragsrecht verliert. Meine Damen und Herren, da möchte ich Ihnen allen, die vielleicht mal sowas hören oder wie auch immer, die Ängste nehmen. Im gesetzlichen Rentenrecht gibt es keinen unmittelbaren Zwang, eine Rente zu beantragen, wenn die Voraussetzung vorliegt. Das heißt also, wenn erstmals, meinetwegen zum 1.10.2024 oder erstmals zum 1. Mai 2025, Sie die Anspruchsvoraussetzungen für eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllen, also Sie die 45 Jahre Wartezeit erfüllt haben und zweitens das entsprechende Lebensalter da vollendet haben, dann können Sie gerne zu diesem Termin die Rente beantragen, aber Sie müssen das nicht. Sie können auch sagen, nein, ich nehme die ein Jahr später, gar kein Problem. Also da müssen Sie sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Auch bei den anderen Altersrenten, also Regelaltersrente, Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder Altersrente für langjährig Versicherte, ist es Ihnen freigestellt, ab erstmaligem Beginn diese dann später in Anspruch zu nehmen oder vielleicht sogar gar nicht. Ja, also es gibt auch Leute, die sagen, nö, ich beantrage die Altersrente erst mit 70 oder mit 75, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben Sie es vergessen oder Sie haben steuerliche Gründe oder denen geht es einfach so gut, dass Sie sagen, nö, ich bin auf die Rente gar nicht angewiesen, ist mir alles wurscht, ist mir vielleicht zu viel Stress. Beim Rentenantrag ist völlig egal. Es gibt de facto im gesetzlichen Rentenrecht keinen Antragszwang für eine Altersrente. Es gibt im SGB II einen Paragrafen, und zwar den Paragraf 12a SGB II. Der schreibt im Grundsatz etwas dazu, dass man das Versicherte, die Bürgergeld bekommen, mit vorgezogener Altersrente eine Rente zu beantragen haben, wenn das Bürgergeld höher ist als die Altersrente. Aber, meine Damen und Herren, dieser sogenannte Rentenzwang im Bürgergeld, der ist ausgesetzt bis zum 31.12.2026. Das heißt also, auch dort gibt es aktuell keinen Rentenantragszwang für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger. Also, meine Damen und Herren, damit müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Sie können Ihre Rente gerne beantragen, wann Sie wollen. Aber es müssen zum Beginn dieser Rente immer die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Und vergessen Sie bitte eins nicht, ohne Rentenantrag keine Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.